Wie ein Hund auf drei Beinen von Dino Flamund Dieser Winter ist weggerannt wie ein Hund auf drei Beinen. Er jault noch, doch den Schlag sieht man nicht. Der Schlag irrt durch die Welt, wie Pythagoras Gedächtnis, nicht die Erinnerung. Von dem es hieß, es schwebe unter uns umher auf der Suche nach immer neuen Verkörperungen. Manchmal erbettelt sich das leidende Schlag, verlangt nach seiner Identität. Größe, Augenfarbe, besondere Kennzeichen. Doch weshalb diese Anstrengung, wenn es bequemere Schleusen gibt, von einem Schmerz zum anderen? Sie hauen neuerdings den Apfelbäumen die Äste ab. Der Profit wird gesteuert. Vererbungsideologie. Safttropfen fallen in den Boden wie Samen. Wiederzulesen wäre die Verweigerung der Fruchtbarkeit. hertz keyfDA ist, von einem Schmerz zum anderen? Vielen Dank.